Das ist ja nicht zu fassen. Dann machen wir es nochmal auf hier. Okay, also das hier, da ist die Straße, da ist der Punkt. Das ist die Straße, da ist der Punkt, da steht kein Haus. Also ihr surft jetzt beide, aktuell im Internet. Du mit Firefox, er mit Firefox. Das ist der Safari hier draußen. Das ist der iOS Safari. iOS Safari zeigt ein anderes Google Bild. Aber mein iOS Thunder Firefox, zu Hause, zeigt das gleiche Bild. Genau. Das ist the Mac world, das ist the Windows world. Das ist echt krass. Windows world has more windows, as we can see in the house. Guck mal, wie nahe ich hier rankann. Ja, näher ranzucken kann ich nicht. Mit Google, also auf dem Mac Betriebssystem, mit Google Maps gibt es dieses Haupts nicht. Am besten, man guckt sich selber an, wie das alles aussieht. Drohnen.